So, willkommen, willkommen zurück, zurück, hier bei Age of Empires Part 14 oder was. Morgen segelt mit der Piratin Lissi nach Florida und hofft den spanischen Conquistatoren den Delgado einzuholen, bevor dieser den Mondsee erreicht. Auf geht's! Die Küste Floridas. Ja, da war schon schön dort. Schön heiß. Heiser als hier. Im Winter. Ähm, im Krieg, genau. Augenblick, alter Mann. Elisabeth, bitte. Ich kümmere mich darum. Morgen. Wenn die Angelegenheit mit den Spanien vorüber ist, müssen wir uns über eure Freunde unterhalten. Hm. Welche Freunde. Ach, lade. Balken. Hm. Kann ich auch mal einen Schluck trinken, oder? Hm. Oh, die spanische Schatzflotte. Die nehmen wir gleich mal vor. Die Küste Floridas ist übersät mit spanischen Forst. Mhm. Wir müssen einen sicheren Landeplatz suchen. Spanische Galleonen voraus. Fertigmachen zur Schlacht. Aha, super. Das geht ja schon wieder gut los. Also, alle mal auf eins. Und fest auf das. Das kostet gar nix. Das ist aber nicht so falber. Wir haben ein Schatzschiff gesichtet. Primäres Ziel entdeckt. Ein Schatzschiff. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Wir machen jetzt erstmal die Blatt. Komm, komm, komm. Karbon sieht das Schatzschiff. Na komm, mach die doch platt. Karbon sieht das Schatzschiff. Was ist denn das hier? Freibeuter ausbilden. Mhm. Ich habe 1000, 1000, 1000. Erklärt mir das jemand? Das heißt, ich müsste karbon sieht das Schatzschiff. Ah, okay. Wir machen erstmal... ...das Blatt. Komm. Geht doch mal auf den Turm hier. Mach doch mal. Oh, ich muss die Außenverkehr ziehen. Ich muss die Außenverkehr... Geh mal da hin. So, und ihr beiden... ...kommt mal hierher. Wie viel hat denn der noch? Oh, der ist noch gar nicht getroffen, die Scheiße. Komm, und mach den mal platt. Jetzt gucken wir uns das mal an, ob der überhaupt getroffen wird. Nee. Machen wir es so. So, und jetzt habt ihr hier Bahn frei. Sehr gut, sehr gut. Jetzt geht er nämlich ab. So macht man das. Gut, und ihr könnt hier eigentlich schon mal landen. Oh, sie haben ihr erstes Schatzschiff erobert. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jedes eroberte Schatzschiff sorgt für einen stetigen Zufluss von Münzen. Je mehr Schatzschiffe sie erobern, umso stärker der Zufluss an Münzen. Auch andere Rohstoffkarten können ihnen über das gesamte Spiel hinweg zufließen. So fließt ihnen beispielsweise während des gesamten Spiels kontinuierliche Erfahrung für neue Schiffsladung und zur Erhöhung der Heimatstadtstufe. So, du gehst mal dahin. Und du kommst platzieren, sieht ein Durfzentrum. Sie haben eines meiner Schiffe erobert. Dieser Schatz war für Spanien bestimmt. Wie kann ich denn das bauen, ein Durfzentrum? Diese Schatzschiffe sind voller Gold. Je mehr wir kontrollieren, umso schneller fließen die Münzen. Das stimmt. Aber wie mache ich denn das jetzt? Warte mal, ich muss mal das Ziel nochmal angucken. Platzieren sie ein Durfzentrum, um ein Lager zu gründen. Ja, aber wer macht denn hier so ein Durfzentrum? Der vielleicht, der? Der? Da kann ich einen Handelsposten hier errichten, aber das bringt gar nichts. Jetzt muss ich mich erstmal hier kurz durchschleusen. Da kann ich den Schatzkummerklammer mitnehmen. Und? Was habe ich denn? Was ist denn das für einer? Ein Kundschafter. Aber wo kriege ich denn jetzt mein Durfzentrum her? Komisch, ich habe ja kein Durfzentrum. Platzieren sie ein Durfzentrum. Was soll ich denn das machen? Ah, guck mal. Da kann der... Hahaha, das ist gut. Komm mal. Komm mal da hin. Du hast ja was an Bord. Wusste ich nicht. Fetzt. Was hast du an Bord? Ah, du kannst dir ausbilden, die Freiwillige, das ist immer gut. So. Komm mal her. Du kannst den Schatz ja schon mal holen. Schätze sind immer gut. So, und du baust mir hier ein, obwohl das zu nah am Wasser ist. Ach, ist egal. Komm. Bau jetzt mal. Du kannst mal da hingehen. Du mit deiner Falkönette kannst dorthin gehen. Und ihr alle könnt den platt machen. Ah, sehr schön. Und jetzt haben wir zwei Ladungen. Und Gold brauchen wir nicht. Das und das brauchen wir. So, und dann kann der Typ, ja, hier, kann er den Schatz nehmen. So läuft's. Und, bling. Schön. Aber, einer von euch muss man einen Hafen bauen. Gibt's einen Hafen. Wo ist denn hier ein Hafen? Haus. Marktplatz. Mühle. Hafen. So. Bau den mal. Zack. Okay. So, Schatzschiffe kontrollieren. Was ist denn jetzt das? Oh, sechs Schatzschiffe. Das kann eine ganze Menge. Kohle gebrauchen. Wie sieht die aus? Die sieht nicht gut aus. Aber die könnte ich hier hin. Und. Ach, komm hier. Machen wir mal schön. Ein paar Gaglionen und ein paar Schiffe. Ein paar Boote. Oh, da ist ja auch eins. Oh, wird immer so nett sein. So, hier, platt machen. Wo ist denn der Mörser? Hm. Ist schon scheiße. Na, die wird langsam aufgebaut hier, ne? So. Alles drauf. Sehr schön. Wir haben ein weiteres Schiff erobert. So. Ach, ja. Wie solltet ihr platt machen, Jungs? Und eine Schwingung. Und hier die Lizzie. Die kann man schön gezielten. Oh. Oh. Das sieht aber nicht so aus, als wenn das einfach wäre. Komm mal her. Platz den weg. Jawohl. Oh, was denn das hier? Sekundär. Zerstören sie alle spanischen Forts. 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 Fetzt. Ready. Yes. Yes. Richtig. Und das ist die... Okay. Ready. Kommt mal hier rum. Kommt mal hier rum. Wenn wir noch irgendwas finden. Und die anderen beiden. können auch mitkommen. So. Und dieses hier. Ich gehe da hin. Da müsste vielleicht das andere Fischerboot kommen. Wo ist es? Ja, da wurde es gleich fertig gemacht. Okay. Zerstören sie alle Forts. Naja. Einiges zu tun hier. Wo bleiben denn die anderen? So. Und du gehst da hin. Die sind aber langsam hier. Und du gehst da hin. Und du gehst da hin. Ach du Schande. Okay. Zurück. Zurück. So wird das nix. Shit. Vielleicht geht das so? Nee. Scheiße. Scheiße. Das nix. Schiff. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Komm. Das nix. Gleich. Macht hinten. Ich glaube ich muss hier mehr da lernen bauen. Oh. Und ihr. Jungs. Ihr baut euch mal eine Mühle. Du recht. Du auch. Nee. Du wartest hier. Es kommt gleich zwei Ladungen. Die. Die. Fertig. So. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir das bald oder was? So. Wir brauchen Holz. 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 Wir brauchen Holz. Okay. Machen wir gleich. Oh. Das sieht gut aus. So. Hier. Mach mal da. Zerstört mal. Geht das? Kommt ihr da hin? Kommt ihr da hin? Scheiße. Ich nage noch. Mist. Das wäre so schön gewesen. Von da unten. Das einfach auf zu. Ach komm. Hier. Hafen. Mal laufen. Lassen. Oh. Din, 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 din. So. Ähm. Die baut mir. Oh, hier, guck mal. Noch so eine schöne, große. Die schicken wir mal da hin. So. Oh, was ist denn hier los? Schau. Schau. Ich hab' ich das überhaupt schon mal getroffen? Naja. Nicht wirklich, oder? Wie weit müssen wir da ran? Ah, zu nah. Oder? Ach, die Scheiße. Ach, ja, das war klar. Bleib da. Ähm. Wir werden uns von hinten anschleichen. Kriegen wir noch eine Ladung? Holz. So sieht das doch ganz gut aus, eigentlich. Ich hab' gedacht, das geht schon. Ne, hier kommen wir nicht durch. Dann müssen wir hier weiter. Vielleicht haben wir irgendwie eine Möglichkeit. Vom Wasser aus. Ah, guck mal hier. Kommt alles auf den Turm? Sehr gut. Oh, da ist ein Doofzentrum. Das machen wir gleich. Tschak, tschak, tschak. Schön. Alles vom... vom Wasser aus. Das ist prima. So. Hier. Doofzentrum, komm. Shit. Hau doch mal drauf. Was macht denn der da? Schwimmt der am Wasser? Komm. Alle Blatt machen hier. Hau doch mal drauf. Blatt machen. Komm, komm, komm. Das sieht schon ganz gut aus. Holz. Ich brauche jemanden. Ah, diese Mann, die kann ich ja noch da hinschicken. Ich brauche, Mädels, ihr könnt mir einen Gefallen tun. Und zwar, ihr baut mir eine Kanonengießerei. Und dann gucke ich mal, ob ich ins Dritte kann. Ja, jetzt muss ich auch. Karabelle und Bündelholz. Jetzt nehmen wir mal den hier. Admiral des Ozeans. So. Genau, alles Blatt machen hier. Sehr gut. Hier ist nix. Okay. Wenn du hier fertig gebaut hast, muss ich mal eine Pause machen. Danach geht es hier schlagartig weiter. Ratzfatz. Jawohl, vielen Dank. Du kannst hier warten. Und wir gehen ins Dritte Zeitalter und dann machen wir hier Raumlöser und dann geht's los. Gut, bis dennne dann. Tschüss erstmal. Tschüss. Oder halt. Sehr gut. Aber wir haben's. Können wir das weg? Nö. Was macht denn das? Gar nichts. Das ist bloß da. Sehr schön. Okay, also. Gucken wir hier nochmal. Oh Gott, die werden immer weniger. Gut mehr. Ihr wisst doch, wo es ist. Gut, also. Bis dennne dann. Tschüss.